Geht es denn bei Ihnen nie ohne Chaos und Zerstörung ab? Die Welt ist nun mal hart, Devin. Hi, Bonnie. Wie geht's? Die Stoßdämpfer sind hin. Aber sagen wir, der Schaden ist unbedeutend. Beruhigend. Geht's Ihnen jetzt besser, Devin? Hey, was tust du da? Diese geschmacklosen Aufkleber abmachen, mit denen du Kit verunstaltet hast. Lass sie, wo sie sind. Was wollen Sie noch, Michael? Diesen Blake haben Sie hier in der Gitter gebracht. Er kann keinen Schaden mehr anrichten. Der Auftrag ist erledigt. Für Sie und die Foundation, aber nicht für mich und Kit. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Michael. Ob Blake nun im Gefängnis sitzt oder nicht, Sammy, Mark und Lissa kommen doch nicht ohne Sensation aus. Und bis Sammy wieder fahren kann, müssen Kit und ich für Sammy einspringen. Und wie lange kann das Ganze noch dauern? Vielleicht drei Wochen. Drei Wochen? Ja, genau. Nun, dann sehen wir uns also in drei Wochen wieder. Vielleicht auch nicht. Wieso kommen Sie und... Wollen Sie nicht mal dahin und sehen sich die Show an? Michael, was halten Sie von einem Stunt, in dem ich eine Rolle vorwärts mache? Der ist noch nie gemacht worden. Oder noch besser, der flammende Himmelswagen mit Illumination meiner Räder beim Supersprung. Nachts müsste das toll aussehen, meinen Sie nicht? Wenn ihr meine Meinung wissen wollt, solltet ihr lieber daran denken, ihn neu zu programmieren. Aber erst nach dem Job. Wie die reine doppelte Schraube oder eine Schraube mit einem Überschlag. Meine Datenbank bestätigt das Beinahe Anfahrt von 100 Meilen pro Stunde auf einer Steigung von 48 Stunden. Er kommt. Knight Rider. Ein Auto.